Andriy Shevchenko wird neuer Cheftrainer der Ukraine. Er bestritt 111 Länderspiele und erzielte 48 Tore. Der ehemalige Stürmer des FC Chelsea ersetzt Mikhailo Formenko, der nach dem Vorrunden aus bei der EM zurück trat. Es ist der erste Trainerjob für den 39-Jährigen, der in seiner Karriere unter anderem für den AC Mailand und Dynamo Kiew spielte.